WDR mediagroup GmbH Die Statiker verbergen immer ein Geheimnis. Hallo, Ricky. Ich muss mit Ihnen reden. Warum? Es gibt ja eine Frau. Ich weiß, wer Sie sind. Sie hatte Informationen über einen Doppelagenden. Was sie mir erzählt hat, war sensationell. Raus damit. Er hat unseren Mann in Istanbul getötet. Es ist alles so schmutzig geworden. Wir sind die Einzigen, die zwischen Moskau und dem Dritten Weltkrieg stehen. Der Moment ist gekommen. Es ist einer von fünf Männern. Und ich will von Ihnen nur... ...den Kot namen. Dame, König, Ass, Spion. Und ich will von Ihnen auch auf uns beinnt. Das war so schmutzig geworden. Und ich will von Ihnen sagen, dass wir in die Tat35 stehen. Und ich will von Ihnen mal einen Blanfen. Und ich will von Ihnen warten. Doch, mit Doppel. Vielen Dank.